Die ganze Sondersendung von Stefan Magnet zum Satellitenverbot von AUF1 finden Sie auf www.aufeins.tv. Und bei mir im Studio begrüße ich dazu jetzt unseren Generalsekretär Andreas Rätschizäger. Servus Andreas, nun ist der Bescheid zugestellt worden und er enthält sprichwörtlich explosive Nachrichten. Was kommt jetzt auf uns zu? Ein Bußgeldbescheid von exakt 195.007 Euro. Dieses finanzielle Vorgehen gegen unseren Sender ist für uns existenzbedrohend. Und um diese Summe von den knapp 200.000 Euro veranschaulichen zu können, Thomas, stell dir mal eine Verkehrsstrafe von ca. 200 Euro vor. Hier würden wir alle einmal schlucken. Und jetzt stell dir diese Strafe tausendmal vor. Ja, richtig. Wumms. Das ist wahrlich ein Wumms. Wie nimmst du, wie nehmen die Mitarbeiter diese brachiale Strafe auf? Was soll ich sagen? Die Stimmung ist gedrückt. Es ist ein harter Schlag für alle. Jetzt beim Weg zu dir ins Studio, Thomas, bin ich bei zwei jungen Mitarbeiterinnen vorbeigekommen. Die saßen mit Tränen in den Augen an ihrem Schreibtisch. Es ist hier wirklich allen klar, dass es mit dieser Strafe um die Existenz des Senders und natürlich auch um die Arbeitsplätze geht. Dieses zerstörerische Verhalten von Seiten des Systems wird uns aber diesmal auch nicht in die Knie zwingen. Mord und Anschlagsdrohungen konnten uns nicht einschüchtern und auch dieser wirtschaftliche Schaden soll uns nicht von der Bildfläche verschwinden lassen. Mich persönlich spornt dieser Angriff noch mehr an. Es stärkt mich. Auch unser Team, unseren Chefredakteur. Das spürt man. Auch wenn, wie erwähnt, heute alles andere als Jubelstimmung bei uns herrscht. Wir werden nicht aufgeben, denn dieser Angriff des Systems ist nur im ersten Anschein nach ein Angriff auf eins. In Wahrheit ist es ein Angriff gegen unsere Zuseher, denn das System will mit aller Macht verhindern, dass wir weiterhin gegen die skrupellosen und gefährlichen Pläne des Great Reset aufklären. Aber wie geht es nun konkret weiter, Andreas? Wie bereits erwähnt, das Team, unser Chefredakteur Stefan Magnet und ich sind voller Motivation. Wir haben gewusst, dass wir uns mit unserer Aufklärungsarbeit ins Visier der Globalisten begeben und dass es auch kein leichter Kampf vom Sofa aus wird. Wir machen weiter und das geht nur, wenn uns unsere Zuseher wieder helfen und uns auch finanziell unterstützen. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, denn zusammen haben wir ja schon Großartiges erreicht. In Österreich konnten wir die Impfpflicht kippen. Wir haben die Geheimpläne der Mächtigen offengelegt und wir werden auch weiter die Pläne der Globalisten aufdecken, sofern unsere Zuseher das auch wollen. Wenn wir die Impfpflicht mitte wrongen, schicken wir beim Sofa aus Government. Vielen Dank.